Ja, als ob, Digger. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Clash Royale Video auf meinem Kanal. Heute mit dabei ist der Scon. Hi. Und wie ihr es schon auf dem Thumbnail oder im Titel gesehen habt, heute machen wir eine All Legendaries Challenge, kann man es nennen. Ich habe ja so viele Legendaries, dass ich leider den Funky draußen lassen muss. Und der Ice Wizard kommt natürlich auch in zwei Tagen raus. Und ja, schaut auf jeden Fall auch beim Scon vorbei. Der macht auch Clash Royale Videos. Und du bist der Erste, mit dem ich ein Clash Royale Video aufnehme. Das ist ja super. Ja, das ist nice. Okay, gut. Er ist auch jetzt hier im Bang Bros drin und ich habe heute die 3800 Pokale geknackt. Das heißt nur noch 180, dann habe ich die 4000. Das ist schon krass. Und dann legen wir uns schon mal direkt los. Der Scon, der hat sich nämlich auch ein cooles Deck gemacht. Ja, ja. Das wird jetzt überraschend. Ja, okay. Wir spielen in der Kobold Station. Viel Glück. Und wir, also er hat leider nicht alle Legendaries, deswegen musste er leider den Klonzauber reinnehmen. Aber ich habe ihn leicht überrascht. Als ob der Holzfäller... Okay, das könnte schon vielleicht der erste Tower sein. Ich bin mir auf jeden Fall nicht so sicher. Auf jeden Fall haut heute mal den Like-Button raus. Jawohl. Oder, ja genau, haut den Light-Button raus. Das würde mich mega freuen, da ich, da mich das öfter machen kann. Das wäre auf jeden Fall nice. Okay, ich habe den Neferno Dragon. Okay, das war jetzt nicht schlecht von dir, muss man schon sagen. Ich muss jetzt den Miner einsetzen. Vielleicht zum Tanken, das wäre nice. Und dankeschön auch für die 3.000... Natürlich, Leute, einfach so 3.000... Nein. Okay, ich gehe gerade voll ab, Mann. Okay, dankeschön für die 2.300 Abonnenten. Darüber freue ich mich total. Und ich habe einfach über die Nacht 40 Abonnenten dazu bekommen. Das war mega krass. Das Opening-Video hatte einfach plötzlich 100 Likes und über 1.000 Aufrufe. Und ich habe mir einfach nur so gedacht, Okay, was geht ab bei euch? Also, dankeschön für euren Support. Das hat mich sehr überrascht, muss man schon sagen. Okay, jetzt kommt der Holzfäller. Ja, der war gut. Und was habe ich denn mit dir so viel Schaden auf diesen rechten Tower-Goal? Ja, doch, mit den Loverpubs hast du das gemacht. Und für den Scone nehmen wir heute noch nichts auf. Ich weiß nicht, ob er es gleich vielleicht noch irgendwie geregelt bekommt. Aber jetzt erstmal nicht, da er irgendwie mit seiner Aufnahme irgendwas nicht stimmt. Oh shit, der Inferno-Dragon. Fahrt, was soll ich jetzt bitte gegen diesen... Nein, nein, nein. Also, wenn man keinen Zap oder so hat, ist das schon schlecht, ganz ehrlich. Du hast doch den Klonzauber dabei. Ja. Ja, okay, der Eiswizard, der Eiswizard im Rage. Ich muss jetzt echt mal ein bisschen pushen, weil sonst einfach mal richtig schön überrennen. Ja. Sonst wird das hier nichts. Okay, oh, jetzt habe ich auch Lava-Hund. Jetzt glaube ich, hast du ein bisschen rein... Ah, nee, war gar nicht so schlecht, oder? Aber... Ich weiß nicht, ich weiß jetzt nicht, weil ich gegen diesen... Alter. Gut, das war jetzt ein bisschen scheiße. Okay, das sollte der zweite Tor sein. Okay. Das ist krass. Okay, nochmal Kampfholz. Das ist... Okay, nice. Das kommt... Oh, das Kampfholz war nice. Das Kampfholz war nice. Okay, jetzt haue ich einfach mal auch den Friedhof nochmal rein. Okay, da muss ich auch den Tunnelgreiber reinhauen. Oh, das war ein nice, Prinzess. Alter, guck dir mal die Skelette an. Guck dir die Skelette an. Als ob, als ob, als ob. Nice, das ist das 3 zu 0. Das ist das 3 zu 0. Alles klar, Mann. Auf jeden Fall eine Revanche. Ja, eine Revanche auf jeden Fall. Ähm, ich überlege gerade. Ich tue mal den Funky rein, damit das wirklich all Legendaries ist. Fülle ich mal für den Ice Wizard rein. Dann habe ich auch den Funky. Okay, kannst anfragen. Na warte, ja gut, ich kann echt nichts anfragen. Und, ja. Und die Bang Bros, da bin ich jetzt auch reingejoint. Also ich habe jetzt auch einen neuen Clan. Denn die Bang Bros E-Spot haben jetzt auch dann die 30.000 Clan-Punkte. Und das freut mich natürlich auch. Und dann schauen wir mal. Also wenn es jetzt wieder ein 3 zu 0 wird, das wäre... Das wäre ziemlich bitter. Ja, das wäre wirklich bitter. Okay. Komm, 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 komm. Nein, nein. Ja, okay. War das ein gutes Kampfholz? Ja, war ein gutes Kampfholz. Ich glaube, du kriegst... Ja, heute kriegt der einen Hit. Na, ich gehe mal auf, ich muss es sicher. Nein, der hätte... Doch, der hätte einen Hit bekommen. Auf jeden Fall. Hm. Okay, die Princess. Das Dumme ist einfach, ich habe ja ein Test-Opening gemacht. Die Princess habe ich jetzt fast auf Level 3 einfach. Das ist so krass. Oh shit, ich glaube, der Friedhof war zu weit nach oben. Ich glaube, der greift jetzt auch noch deinen King Tower an, oder? Nee, doch nicht zum Glück. Ja, lol. Hast du einen Spiegel drin? Was? Warum ist die weg, die Princess? Ja, weil ein Skelett den angegriffen hat. Oh, ist das ein Scheiß. Na, Klonzauber. Hast du... Hast du... Hast du irgendwie... Die Princess irgendwie gespiegelt, oder so? Nee, ich habe Klonzauber draufgegangen. So. Hä, als ob die an direkt Level 2 wären, das ist ja krass. Komm, ein Hit. Okay, das war gut, das war gut, das war gut. Okay, jetzt muss ich... Okay, aber der Holzfäller ist noch dahinter. Und noch mein Inferno Dragon. Ich habe einiges an Elixir. Das ist gut. Ja, ein paar... Ja, nice. Der Inferno Dragon, der gönnt sich. Und jetzt noch der Inferno Dragon im Rage. Also, der könnte noch ein bisschen Schaden am Ice Wizard raushauen. Ja, ist ganz okay. Und... Was setze ich da jetzt? Also, wenn ihr weitere so Battles haben wollt, oder so, schreibt es auf jeden Fall auch in die Kommentare. Vielleicht wieder mit dem Scone, das wäre natürlich... Wenn du wieder Zeit hast, gerne... Ja, wo machen wir das? Genau, dann machen wir das. Dann hauen wir das raus. Okay, warte. Und... Okay, die Kunst ist, wie ich jetzt echt was setzen. Oh. Okay. Ja, dieser... Dieser Predict, Alter. Ja, also, das war ein Predict. Das war ein richtiger Predict. Okay, ich setze jetzt einfach mal auf Risiko. Scheiße. Einfach mal den... Hier. Oh nein, du darfst keinen Hit bekommen an... Alter. Digga. Wie ich gerade... Das hast du das Kampfholz gesehen? Das Kampfholz war übertrieben. Nein, nicht auf den Haupttower, nicht auf den Haupttower. Oh, 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 shit, der entfernt Dragon. Nein. Ja, der entfernt Dragon. Holt ihr den Tower? Nee, aber... Ist auf jeden Fall jetzt ein spannendes Match. Oh. Okay, jetzt muss ich reinhauen. Nochmal vielleicht. Okay, das war ein bisschen cool. Ja, komm jetzt hier mit. Nein, 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 ich bei dir nicht. Kampfholz. Nice. Ich hab die zweite Princess am Start. Alter, das ist so knapp. Das ist einfach so knapp. Okay, jetzt... Jetzt... Zieh durch. Okay, die Infernal Dragon töten sich beide. Aber jetzt kommt nochmal der Holzfäller. Okay, jetzt musst du einen defensiven Miner setzen. Okay, ich muss einen defensiven Friedhof setzen. Aber das könnte ein gutes Kampfholz werden. Wenn jetzt die Princess noch mit reinrennt. Ja, nice, das war ein gutes Kampfholz. Ja, gut, der Ice Magi on Rage, das passt eigentlich. Ja, das passt. Alter, ich bin gerade so angespannt. Ist ein richtig gutes Match. Okay, das war ein guter Tunnelgräber. Ah, der war drin. Ich hab gedacht... Ja, okay, das... Das könnte noch was werden. Komm, jetzt nochmal... Okay, ich glaub... Ist das schon das... Nee, 316 HP hast du noch? Ja, jetzt, jetzt. Komm. Oh, shit. Ich hab nichts mehr. Als ob. Digga. Lol. Ja, komm. Als ob. Alter, das... Oh mein Gott. Jetzt, jetzt. Zieh durch. Nein, 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 nein. Tunnelgräber. Princess. Kein Gefühl. Kampfholz. Drück nach links. Nein, okay, das hat nichts gebracht. Weißt du? Oh mein Gott. Okay, der Inferno Dragon ist da. Ich konnte es ein bisschen ablernen. Okay, jetzt kommt nochmal mein Tunnelgräber. Oh mein Gott. Nice, ein Hit. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Mann. Mit 300 HP. Ja, mit 300 Leben. Oh mein Gott. Schade, aber gutes Match, muss man schon sagen. Oh, das war eine richtig gute All-Legendaries-Richtig gute All-Legendaries Challenge. Okay, gut, hat auch sehr viel Spaß gemacht. Wenn es euch auch so viel Spaß beim Zusehen gemacht hat, lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da und ja, dann schaut auch beim Scone vorbei. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Easy 100 Likes, oder? Easy. Ja, easy 100 Likes, Digga. Okay, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Ciao.